Oh, der fällt drunter. Blöder Mimik. Ich muss mich wieder spielen und jetzt... Ach Gott. Ich bin so blöd. Ich bin so blöd. Warte mal. Ich bin so blöd. Ich bin so blöd. Ich bin so blöd, ich bin so blöd. Nein, eine Pistole habe ich aufgekommen. Nein, verdammt. Die Pistole war ein Drex-Mimik. Nichts, aber nicht. Nichts. Den Necklund gab es nicht so, ja. Ok, doch hier ist meine Bedrohung. Oops. So. Da möchte ich ehrlich gesagt noch nicht hin. So. Da war's duuut. Pena. Ja. Interessante. Okay. Na ja, dann matzen wir wieder. Schmeißen wir uns gleich rein. Lieber mal länger leben, das ist uns so mal wichtiger. Und vielleicht... Aha! Da geht's nirgends wo hinauf. Nur Neuromods haben wir gefunden. War ein Ausgang, wo wir nicht hin können. So. 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 Vielen Dank. So, nur mein Handy anstecken müssen am PC, jetzt hat es das Divided gemacht. Wenn Sie mich nicht zeigen, kann ich Sie nicht wiederherstellen. Was ist denn das für ein Scherz? Okay, super, dass er exportiert, dass ich das auch weiß. Okay. 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 Schnellen. Ja? Ja? Ne? 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 Rotrin ist schön, dass er ein großer, starker ist. Warum kulte mich so? Was ist das?